Pedant. Als Pedant wird jemand bezeichnet, der Unbedeutendes übertrieben genau nimmt und der von anderen auch fordert, auf Details zu achten. Ein Pedant ist ein Kleinigkeitskrämer. Man bezeichnet einen Pedant noch als Erbsenzähler, als Kleinkrämer, als Paragrafenreiter. Pedant, also jemand, der in übertriebener Weise alles mit peinlicher Exaktheit ausführen will und erkleinlich ist. Pedanterie ist übersteigerter Ordnungssinn. Ein Pedant ist ursprünglich ein Erzieher und Hofmeister. Und dann später war er einer, der nur seine Wissenschaft kennt und anderes nicht. Und dann war Pedant eben jemand, der angegebenen Formen, Regeln und Ansichten festhält und Freiheit des Geistes nicht mehr besetzt und bei anderen nicht mehr zulässt. Ich hoffe, du bist kein Pedant und du bist auch gegenüber anderen kein Pedant. .. ... ... ...